So, willkommen zur nächsten Folge von Sea of Thieves auf YouTube. Wir sind ja schon unterwegs mit dem wunderbaren Flo und dem wunderbaren Podshake und sind ja schon auf dieser Cragonsfall Insel, haben schon Schätze gesammelt. Jetzt holen wir bloß den ganzen Rest noch. Da müssen wir schon hinter schwimmen zum Dings, zur Insel. Ponchig, ist da noch irgendwas an Land, das wir holen können? Ja gut, Supplies, aber die Totenköpfe sind schon weg, oder? Ja. Hier, warte. Komm zurück, Flo. Okay. Achso, meinst du Flo. Nochmal. Ah, cool. Und wie kriegt man denn jetzt? Oh, 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 da ist ein Ascherskelett. Den hole ich mir. Und jetzt, jetzt schieß doch mal auf mich damit. Danke. Aschen Keymaster. Geil. Das ist wirklich ein Keymaster. Das heißt, wir können jetzt Dings klar aufsperren. Wo bist du? Äh, ich bin so in der Ecke mit meinem Dude hier und... Schrei versteckt hier. Ja, genau. Ha. Tot. Aufnehmen, Ascherschlüssel. Nice. Also, du hast den Schlüssel. Ich hab gekauft. Aha. Ja, passt. Sind wir gut versorgt. Ja. Und Flo hat sich jetzt wieder sonstwohin katapultiert. Jo. Bin schnell wieder da. Guck mal, was hältst du von meiner Galionsfigur hier? Die ist echt nice. Die kenn ich gar nicht. Nichts sonst. Cool. Wann gab's die? Du hast das komische Einhorn. Ja. Twitch Prime, äh... Dingens. Ah, cool. Angebot und so. Aufschließen. Was gibt's echt? Cool. Flo, wenn du an Bord bist, sag Bescheid, dann sag ich dir mal, wenn man die Aschekiste aufschließt. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber es ist bestimmt cool. Bescheid. Bescheid. Gut. Ah, okay. Toll. Kiste ist offen. Ritualschädel und Goldbeutel. Ah. Was ist dieser Ritualschädel? Das ist... Der ist halt ein bisschen was wert. Das ist, ähm... Das mit dem Buch kenn ich gar nicht. Warte mal, ich... So. Foliant der Flüche 3. Foliant der Flüche. Oh, ist ein Foliant. Cool. Können wir, glaub ich, verkaufen. Wo müssen wir jetzt noch hin? Ähm... Jetzt müssen wir noch... Hier oben, oder? Sunken Grove. Sunken Grove, genau. Ja. Das ist eine schöne Reise jetzt. So... Nord... Echt jetzt, Darkness? Das ist der alte Foliant. Das ist wohl ziemlich unwahrscheinlich, dass wir den alten Foliant bekommen. Das ist eine Kacke. Was sind diese Saphire da unten? Ähm... Wo? Im... Im Schiff? Ja, der hat jemand den Loot reingelegt, oder? Ja, genau. Im Meerungfrauen-Saphir. Ja, okay. Ähm... Kann man das Schiff auf der Stelle drehen, quasi. Ja, wenn die Segel oben sind und Anker auch oben, dann ja. Cool. Da unten, da drüben ist der Zweimaster, oder? So, wo müssen wir hin? Ähm... Wir müssen irgendwo nach Norden. Irgendwo nördlich. Nord, Nord, West. So, Segel raus, bitte. Mhm. Was ist denn unser Ziel? Sanken Grove. Sanken Grove. Ich geh mal nach oben und mach mal das Ziel raus. Da oben. Ja. Da. Nord, Nord, West. Ja, die Neuen heißen Foliant der Macht. Wir haben jetzt echt einen alten Folianten erwischt. So ein Kack. Hey, ist das so schlimm, dass es ein Eiwein ist. Ja, an sich. Was? Ich hab noch keine Folianten gesammelt, muss ich echt sagen. Ob das cool ist, oder nicht? Willst du das so sammeln? Ähm... Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind irgendwelche Errungenschaften, die man damit bekommt. Und wahrscheinlich Dublonen, denke ich mal. Boah. Hat das einen Seegang. Krasse Scheiße. Aber wenn du den noch nicht hast, dann kannst du die Aufgaben vom letzten Update noch machen. Ja, ja, doch. Also die können wir auf jeden Fall noch machen. So. Mal schauen, ob der Kurs einigermaßen stimmt. Ja. Ein bisschen mehr nördlich. Ein kleines bisschen noch. Naja. Aber wir müssen sowieso eine Insel vorbei. Ne, das passt schon. So, ähm... Dann sind wir sowieso beim Außenposten. Dann können wir gleich abgeben, wenn wir die Sunken Grove dann erwischt haben. Oh, der Galleon's Grave. Da gibt es gleich zwei Außenposten. Ha. Nice. Er feuert hier schon wieder wahllos rum. Ihr wisst, dass wir auf Helson zu fahren? Geh mal in den Steuer. Ah, so reicht schon. Ja, reicht schon. Das sieht noch gerade aus. Ja. So. Hast du das Steuerrad? Ich erkenne immer nie die Mitte vom Steuerrad. Das macht doch einen Klung. Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn ich das Steuerrad drehe, dann ist das so schnell rum, dieses, äh, mittere Dings. Oh, ja. So, jetzt. Stopp. Warte. Ja. Da war die Mitte. Ha. Letzter. Bam. Was machst du denn da? Ja. Artilleriefeuer. Ja. 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 Jo, Sunk'n Grove ist vor uns. Passt. Ja. Gut. Ich schau mal eben, wo die anderen Schiffe so sind. Weil jetzt müssen wir da aufpassen, nicht dass wir da unser Zeug verlieren. Haben wir doch schon einiges gesammelt. Sag mir mal lieber, wenn die Segel runter müssen, ist ja die Insel so schlecht. Machen wir. Oh, ja. Wir haben guten Speed, äh, Segel runter und jemand sollte an den Anker gehen. Geh mal runter. Du brauchst ja einen Anker, ich lenke drum rum um die Insel. Okay. Ich würde jetzt eher sagen, die Segel hochpacken. Ja. Ah, falsch. Da leuchtet was rot, was ist das? Ja, ja, das ist irgendeine Aschentruhe oder so. Ah, nee, das ist ein, das ist ein Aschenskelett, ja. Das, was wir vorher auch schon gehabt haben mit diesem Dings, mit diesem Asche, äh, Aschentruhe. Bam. Aua. Winter. Der trifft mich sogar. Wow. Habe ich ja, habe ich ja Zielkreuz auf meinem, auf meiner Stirn. Was brennt denn hier? Oh, hier ist das Schweinefleisch angebraten. Oh nein, mein Schweinefleisch. Ja. Das habe ich vergessen. Oh, jetzt habe ich Banane reingelegt. Ich habe die Banane reingelegt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich drehe uns mal. Wie lucky seid ihr. Ich finde die Dinger nie. Echt jetzt? Ja, haben wir dann doch ein bisschen Glück anscheinend. Vorher schon zwei Aschenskelette. Ja, ich lege da drüben an. Bäm. Bäm. Das war kein Schock. Und noch einer. Bäm. die dunklen kannst du nicht abschießen ja da ist zurzeit noch zu dunkel dafür nice erwischt ja natürlich gehen wir da rein ja komm herunter moment auf die fresse gerückt ich hatte schon die kokosnuss im mund grünes licht was macht es leuchtet grün genau wird alle gestorben oder was da gestorben alle guten geraten egal jetzt ist tag jetzt hole ich meine schrotflinte kurz schauen ob jemand nicht auf dem weg ist zu uns jetzt kriegen wir die schon ja das war der typ keine befehle mehr bekommen doch und ein schlüssel geil schon wieder ein schlüssel ja genau genau lucky ja genau es ist kill kein glück aber sind gleich hier also wir haben gar nicht so weit aber hier kommen wir drauf gell da muss nur kurze schiffe bis weiter fahren ach nee wir sind im nordosten oder im nordwesten ja genau jetzt gleich im osten das heißt völlig richtig oder ja aber wir kommen da nicht drauf geht es da rein oder so kurz auch machen stimmt lo dann freue ich uns einmal rum ich geh schon mal auch mit drauf das ist quasi der fels der fels feuerfrei ciao viel zu weit viel zu weit aua so was ist unsere mission jetzt ähm die kiste ausgraben das war jetzt die dritte kiste mit dem ersten sparten stich optimal das ist das ist skill ja das ist skill so und wo ist jetzt die aschetruhe ähm die aschetruhe brauchen wir erst wieder neuen ähm neue skelett neue asche befehls skelett äh asche skelett befehlt so ja genau aber es ist noch ähm hä wir haben noch eines quest ne das ist irgendein quest von einem dings äh von einer flaschenpost wir haben auch ne truhe gefunden ne random truhe ich lege jetzt übrigens hier bei euch an äh in der gegend gleich am ufer unten das heißt im stüt westen hier liegt nur irgendwas ach das ist ne laterne ach so gutes dach zieh dich raus floh voll geil oder ja was passiert eigentlich wenn man so eine brandbombe kann man die schmeißen oder die kannst schmeißen oder in die kanone äh feuern ja macht schon spaß lasst mich in ruhe schlange danke hehehe ach so das ist die diese flaschenpost quest da sind die ganzen skelette rumlaufen gleich wieder löschen 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 die bringen nix ja stimmt da gibt es dann wahrscheinlich eine seefahrer truhe als belohnung wow ja ich habe hier gerade eine ne eine schiffbrüche getrun ach so oh nein wo seid ihr denn ach kurz nicht auf sunken grove gesichtet äh mittlerweile im nordwesten ähm von chick alles gut ich durchcam noch ein bisschen so die 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 na ok gut ich hoffe nur dass sie noch irgendwas finden aber bis jetzt sonst nur supplies hehehe wir können mal folgendes machen wir können jetzt dann die sachen abgeben und dann können wir zu diesem schiffsrate schauen ich glaube ähm ich habe letztens gehört dass der schiffsrate immer am ende von der karte ist das heißt hier im südwesten wie weit ist denn das bis zum ende von der karte ok es ist echt weit also also es ist kein schiff in der nähe übrigens das ist schon mal ziemlich groß also es ist kein schiff in der nähe übrigens das ist schon mal ziemlich groß cool ich habe hier noch so eine lagerkiste für gewürze ah cool bekommst du übrigens gesellschaft ich habe hier auch noch so zwei sachen ah cool normale truhe und eine obstkiste sehr gut ah da ist eine nice ja genau Achtung schießpulver skelett ich geh weg tschau ich habe keine munition zum feuer warte ich klaue dem schießpulver skelett die kiste ja genau ja voll geil voll super voll super du wagst es alter in den kopf schießt oder im körper egal kein anderes schiff ne ziemlich scheiße langweilig chris langweilig gibt es ja gar nichts zu erobern oh oh Flo hat ein äh Dings gefunden ein Beiboot ja cool du 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 du